Willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Battlefront 2 sofort ein Satz, heute mit der Mission Mustafar, ja auch eins meiner Selbstmob, scheiße ich bin hier schon, Selbstmob Levels mit meinen Chatgruppen im ersten Let's Play und my Heathen, achso weil die Kontrolle über einen Kommandoposten verloren, ich hole Bermatt verloren, sie werden aber auch gleich einen von denen, auch da ist schon noch ein, ich bin mit Mary, der Feind hat einen Kommandoposten eingenommen. Deine zweite Angriffswelle wird vernichtet. Ja, deine zweite Angriffswelle, die interessiert mich nicht, wurscht'n da einer, also so. Mein, guck mal, ich bleib schnell, der trifft mich nicht. Obi-Wan, jetzt schon. Das ist Kommandoposten, nur. Dein Kommandoposten ist unter der Kontrolle der Republik. Ja, aber das bringt mir nichts, ich gehe lieber, nein doch, es bringt sehr wohl was. Wie war ein Kenobi hier, habe den Band angegriffen. Weg. Schnell rüber, bekommst du, der Einsturz. Kommandoposten verwandt, hier ist eine Magna-Wache. Komm Kumpel, kannst durch. Ich habe keinen Selbstmord bringen, gell? So. Nimm's ein. Ja, toll. Das ist dumm. Ein Kommandoposten ist unter der Kontrolle der Republik. Ah, da rüber müssen wir. Ein Kommandoposten ist verloren, aber nicht die Schlacht. Kann ich die schlafen? Kann ich die schlafen? Oh, geht drauf. Das ist nur ein Penner. Noch ein Kommandoposten unter der Kontrolle der Republik. Ein Kommandoposten ist jetzt unter weindlicher Kontrolle. Wir haben hier noch. Oh, ich habe einen Gehtruiden, was glaubst du denn? Come, man. Was the fuck, ich habe den nicht erwischt? Hm, erscheint doch. Gut, hier ist niemand. Aber über uns ist noch ein Kommandopost, das weiß ich. Da kommen wir ganz hinten. Oh, wir liegen hinten ein bisschen. Egal. Holen wir schon irgendwie auf. Nimmst halt endlich ein, Kumpel. So, jetzt sind wir auch hier. Hallo. Ich meine, manchmal reagiert meine rechte Maustaste nicht. Hallo, Le. Sag mir halt, wenn du da bist. Hallo, wie kann ich das tun? Achso, ganz... Ne, oder? Ja. Scheiß, Sniper, Tränen. Wir haben die Kontrolle über ein Kommandoposten verloren. So, schon liegen wir wieder etwas vorne. Halbem Lohre. Der Feind hat ein Kommandoposten eingenommen. Das ist mir zu gut sein. Ah, du bist auch mal ein Spawner. Verdammt. Aber Tränen trifft er. Aber Tränen trifft er mich. Tränen trifft er mich nicht. Okay, es wird ein zu viel gespaut. Ich hoffe, ich bin erholt. Zeit, vor allem Druidica. Mann. Eigentlich würde ich gerade hüpfen, aber er hat mal wieder nicht reagiert. Okay. Reaction. Was ist das denn da? Da drüben scheint auch jemand aufgehoben. Oh Gott, es sind viele. Granate! 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 Einfach rauf! Ihr kriegt mich nicht! Macht euch alle platt! Warum werfe ich eine Granate? Nein, du triffst mich nicht. Hallo, töte ihn. Töte ihn! Du Honk! Ich hasse es, nachladen zu müssen. Ich hasse es einfach. Okay. Da war es. Okay, warte, mich nicht nochmal umbringen. Wo ist dieser Druide? Super-Kammer-Druide. Da drüben. Da hat ich ihn ruhig gefangen. Da ist noch einer. Die ist halt eine Scheiße. Oh, ich bin gleich oben. Könnt ihr das kurz einnehmen? Anscheinend nicht. Scheiße. Ich sollte mich hier von pissen. Er kommt halt rein! Meine Güte! So, diese scheiß kleine Drohne war das, ha? Ja, nicht da. Ja, gut, ob ihr war. So. Ja, toll. Meine ganze Armee ist da unten. Was will sie denn da? What the fuck? Das sind viele. Will denn Frieden jetzt loswerden? Gott. Das wird nichts. Scheiße, waren da viele. Da brauchen wir einen Sniperer. Toll, wie kommt man von da da hoch? Bitteschön. Gar nicht. Ja, Leute! Auf geht's nach oben. Da oben ist ihre Armee. Wir haben hier genug Soldaten. So, da ist ein Rüdiger. Der Maldettonator. Der Maldettonator. Schiss! Der Feind hat einen Kommandoposten eingenommen. Da lag... Da lag... Oh, verdammt. Das sind immer noch so sauviele. Die kriegt man nicht so gleich klein. So viele sind das eigentlich gar nicht. Oh, verdammt. Nein, nein, nein. Leute, warum steht ihr hier nur so dumm rum? Nehmen wir mal dich. Ah, verdammte Scheiße. Es sind zwar nur noch 18, aber die da oben... Die sind... Die sind nicht zu Spaß. Weg. Schau, ob wir die 60 Kitschaffen. Oh! Die battlen sich. Kommt nicht bei mir. Das Blatt hat sich gewendet. So. Reine, ha? Was sind denn noch welche, ha? Schieß doch! Ein Kommandoposten. Jetzt unter feindlicher Kontrolle. Hey! Penner! Ähm, oh. Okay. So, aber das mal begeh ich nicht den gleichen Fehler noch einmal. Nein, wir haben ein Kommandoposten. Ah, sogar noch erwischt. Neun Stück noch. Komm her. Hallo? Ach, da ist jetzt noch keiner. Schade eigentlich. Komm on, komm on, komm on. Komm, 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 komm on. Auf geht's, auf geht's, auf geht's, auf geht's. Auf geht's, mach den Scheiß. Super Ritualtanz. Dur, 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 dur. So. Ein Kommandoposten ist unter der Kontrolle der Eposystem. Siege 1918. Was weiß ich? Reif. Ein Kommandoposten ist unter der Kontrolle der Eposystem. Machen wir mal so ein rein. Kleine Buch. Ja. Da scheint noch einer zu sein. Hallo. So, da ist noch einer. Da ist es auch mal ein. Ich weiß es. egal damit sie gewonnen hallo sechsmal das ist eigentlich ganz gut willkommen zurück zum magito so nachdem wir mit der republik schon in mustafa erfolgreich waren werden wir heute auch mit der republik in magito erfolgreich sein mein erster tote meine kriege ich noch die regen noch gut das glatt krieg ich auch noch sind nur schwäche wenn sie sich gerade freuen und gerade entfreuen weil das kia die mund die wasser raserei und ausdauer jetzt schon erhalten geil die nur vier von ok lasst mich oder krieg ich nicht mehr erzgeblickt weg mit dir weg mit dir weg mit dir haben wir es verdammt das darf ich keinen kia die mundi mehr spielen scheiße das hat mich mir zu lange zeit gelassen egal ich habe das teil dahinten eingenommen das freut dich du wirst garantiert nicht mehr rein passt doch auf hinter euch oh aber den da haben wir das mal komm komm noch ach verdammt ich habe keine kranium ah da ist ja noch einer auch das ist das gegner schon wieder her verdammt haben wir es nicht recht jetzt trifft er mich am ende noch wow die war gut geschossen aber nicht so gut ins lebensteil reingerollt hab ich mich gesessen wie meine munition ausgeben Scheiße, aber es war gerade, dass ich irgendwann sterben werde. Aber es war garantiert ein guter Soldatenreinsatz. Ja, spür mal deinen Techniker. Ich spiele zur Zeit ziemlich auf die normale Truppe. Irgendwie ist die normale Truppe, aber die beste, finde ich. Ja, wir haben halt solche Spezialitäten, aber sind nicht wirklich so perfekt. Ah, warte mal, ich kann jetzt aufbauen. Ach du Scheiße, das dauert lange. Äh, ich falle euch doch lieber mit einem Brotgewehrgegner rein. Verdammt der! Okay, gegen Kultiker sind Techniker sinnlos. Oh, jetzt darf ich aber endlich KIA spielen. Hallo? Ah, ich muss da rüber. Komm, KIA, schneller. Am Ende der Wahl. Doch, genau da. Sack, seine. Sein Überschlag. Den finde ich so geil. Was guter Schuss. Ich bin hier in jedem. Das. Okay, hier sind aber zu viele. Selbst für KIA die Wunde. Kultiker sind einfach nur dreckige, kleine Pister. Aber sie sind gute Herausforderungen. Muss man schon sagen. Auch wenn sie zu gut gerade waren. Egal, ich hatte kein Leben mehr. Ist ja scheißegal. Ach, nehmen wir mal die Fett-Truppe. Die bin nicht sowas von selten. Die ist auch sowas von lahm. Warum sind Schiffe? Warum landet ihr nicht? 1816. Oh, genau wie ein Karo ist. Äh, kann man. Schuss. Angedreht und... Ah, verdammt was. Noch ein Kommandoposten für die Republik. Sie verlieren Verstärkungstruppen. Komm, dich kriege ich mit meiner Blaster. Ich lade den Kreis nach. Und dann Schuss. Ah. Feuer. Weg mit dir. Du, was wird stummisch an Anhalt. Ja, du hast mir ziemlich viel angehabt. Und das. Und das. Ich wusste, dass der Sniper mich abknallt. Ich wusste das Instinkt. Aber das gibt Rache, Kumpel. Das gibt Rache. Da kriege ich ihn ja von hier aus schon. Da bin ich ja. Nein, das bist du gar nicht. Du, aber den kriege ich auch. Wo war denn der? Bist du gegnerisch? Nein, du bist Kumpelisch. Oh. Hallo. Ah, du bist sogar ein Killer-Droid. Vielleicht bist du sogar. So. Nach 18, 20 Schüssen habe ich es mal endlich geschafft. Oder schon mal. Zack. Zwei sind es noch. Da hinten wahrscheinlich. Ist da irgendwo? Da, da läuft einer. Da läuft eine Magna-Wag. Zack. Und der letzte ist hier drin. Den mache ich fertig. Zack. Wuhu. Das war mal geil. So. Hätten wir das jetzt auch geklärt. 50, 74. Naja. Ist so in Ordnung. Bis zum nächsten Mal. Tschö. bis zum nächsten Mal. Ich brauche dich. ich sinn-